Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Man merkt so langsam, das Smartphone-Jahr kommt in die Gänge, denn auch OnePlus bringt wieder ein neues Gerät raus. Mal gucken, ob die Kamera das einfängt. Das OnePlus Nord CE 2 wurde jetzt vorgestellt. Kostet 350 Euro und wie schon beim Vorgänger, habe ich so meine dezenten Zweifel, aber der Reihe nach. Erstmal hier diese schöne Pressebox in diesem Nordblau. Die normalen bekommen ja dann das Rot und die Nords bekommen halt dieses Blau. Steht was drauf, apropos Blau? Ja, es ist die Bahama Blue-Blau-Farbe. Das Nord CE 2 gibt es nämlich dann auch wieder so in einem Schwarz-Grau. 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz, Dual-SIM und es gibt halt nur eine Version. Also nichts mit, sowieso nicht MicroSD, nichts mit Speichererweiterung, nichts mit einer 256 GB Version. Nein, es gibt nur eine Ausführung, aber dafür in zwei verschiedenen Farben. So, dann gucken wir mal rein, was man hier wieder alles beigelegt hat. Es gibt mir wieder eine Hülle und noch eine Hülle und ich werde gleich nochmal gucken, denn ich habe ja wirklich ein Händchen dafür, bei OnePlus Presseboxen die Hälfte zu übersehen. So, da ist nichts mehr drin. Ne, da unten drunter kommt auch nichts mehr. An der Seite ist auch kein Einschub. Schauschub hatten wir alles schon. Wer sich jetzt gerade wundert, warum ich das hier so absuche. Also, zwei Hüllen sind dabei. Also, jetzt hier nicht in der normalen Version. Das ist ja, wie gesagt, das fancy Pressebox-Ding. Das ist jetzt aber die normale Version. So, dann gucken wir einmal rum. Nord-CE 2 steht auch wieder da. Da ist auch wieder die Bahama Blue, 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatznummer. Dann das Siegel ist noch original zu. Sehr schön. Ja, schön, 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 schön. Da bin ich ja immer ein großer Fan. Vor allem wurde hier nichts dann auch an der Software rumgespielt. Irgendwie noch was anderes draufgezogen. Und nein, ne, nach wie vor OxygenOS hier drauf. Also, noch nichts mit ColorOS. Die Vereinigung mit OPPO findet zumindest jetzt noch nicht statt. So, ganz in dezenten Blau gehalten hier Schrift und OnePlus-Logo. Gucken wir mal rein. Erstmal, was kriegen wir in dieser lustigen Box? Ein Case ist dabei. Sehr schön. Also, wir bekommen wieder eins undurchsichtiges Plastik-Case. Also, leicht milchig. Ja. Dann. Uh, Aufkleber, Aufkleber. SIM-Kartentool ist auch dabei. Und wir bekommen OnePlus-Aufkleber. Nein, doch nicht. Sind es Aufkleber? Ne, ist nur das Team. Gut, das Team als Emojis. Vielen Dank, dass du dir das Nord 2 für gibst. Ja, okay. Safety-Informations. Kleingedrucktes. Wie, keine Startanleitung? Keine Startanleitung. Krass, wird immer weniger. Keine Startanleitung, keine Aufkleber. Ja, gut. Hm, hm, hm. So, was haben wir denn sonst noch? So, dann das Gerät selber. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und jetzt bin ich nämlich auf eine Sache gespannt. Weil wenn man sich die Geräte anguckt oder mit den anderen vergleicht, dann kommen hier und da Fragen auf. Aber dann sagt man hier im Vergleich zum Vorgänger, wir haben wenigstens nicht mehr 30 Watt laden, sondern 65 Watt Superwook. Superwook laden, gleiche Bezeichnung, nichts mehr mit Warp Charge oder so, sondern Superwook Charging. Früher war es ja Dash-Charging, da hatten wir Warp Charging. Jetzt sind wir auch bei OnePlus, bei Superwook. Ne, gleiche Bezeichnung, Ladetechnologie wie bei Oppo. So, 65 Watt Netzteil, steht fett drauf. Steht auch nochmal Superwook. 5 USB-A. Ein rotes Kabel gibt es nur in rot. Schade, dass die Daten es mit der Farbe nicht durchziehen und dann so den Nordgeräten dann blaue Kabel geben. Datenübertragung kann ich auch schon mal spoilern. Leider wieder nur USB 2.0. So, machen wir es mal auf und... Uh, sexy. Sexy, schönes Blau, sehr helles Blau. Hier und da so eine, naja, ihr seht es ja, shiny, shiny Reflexion. Aber das gefällt mir sehr gut. Also jetzt rein optisch gesprochen. Ne, vor allem, ich habe hier oben dieses Glaskamera-Ding. Oh, das wirkt mal richtig, richtig schön. Ich denke mal, das ist ja das, was wir bei der OnePlus Nord 2-Reihe auch schon hatten. Aber hier wirkt es von der Kamera nochmal größer. Jetzt lasst euch aber da nicht so krass irritieren. Ne, wenn man es mit dem... Vorgänger vergleicht. Nord CE, Original, Nord CE 1. Nord CE 2 könnte jetzt das ungeschulte Auge natürlich vermuten. Boah, geil, hier fette zwei Kameras, normal und weitwinkel. Wie das Oppo, wie das OnePlus jetzt im letzten Jahr bei den Flagships gemacht hat. Aber dann guckt euch das mal genauer hin. Die Schweinebacken. Das sind nämlich die gleichen Kameras. Das sind die gleichen Sensoren. Zumindest liest sich das so für mich. Wie beim Vorgänger. Auch mit der Frontkamera. Da keine Anderen erwarten. Gleiche Kameras. Vielleicht haben sie was bei der Software geschraubt. Müssen wir testen. Schaue ich mir natürlich an. Aber das ist eher so, um Konzern-Design-Sprache zu machen. Aber farblich gefällt mir das sehr schön. Also Bahama Blue. Wie so ein blauer Himmel. Fingerabdrücke. Ach guck mal hier. So ein bisschen Regenbogen kommt auch noch rein. Je nachdem wie man es hält. Aber gefällt mir. Gefällt mir. Also optisch finde ich das Blaue hier richtig, richtig schön. Da geht mal kein dunkles Blau. Kein kräftiges Blau. Sondern leicht helles Babyblau. Leicht wie Wölkchen. So leicht bewölkt. Hier und da. Gut. Gehen wir ums Gerät rum. Glänzender Rahmen. Auch im Blau gehalten. Aber dann halt glossy. Also deutlich glossiger. Setze ich nochmal ab. Aber passt sich ein. An- und Austaste. Auf der rechten Seite. Ich kann es auch direkt mal einschalten. So. Also ihr seht es. Ich komme mit dem. Mit rechts mit dem Daumen problemlos an und aus. Jetzt hat es vibriert. Anleiser komme ich auf der anderen Seite auch ran. Lauter. Ja. Könnte mit großen Händen kommen man auch an lauter. Um umzugreifen. Als Linkshänder ist man da leicht im Vorteil. Daumen lauter, leiser, problemlos. Und an und aus komme ich auch. Gehen wir rum. Oben Mikrofon. Ohrmuschel. Wer sich jetzt fragt. Stereo-Lautsprecher. Wie schon beim Vorgänger. Leider kein Stereo. Irgendwo müssen die die Geräte hier abgrenzen. Weil es normale Nord 2 hat Stereo-Lautsprecher. Die CEs halten nicht. Links oben SIM-Kartenschacht. Kein Micro SD. Dual SIM aber. Wobei. Lasst reingucken. Nicht, dass ich hier was falsch... Doch. Es hat Dual SIM. Stand jetzt die zwei E-Mail-Nummern drauf. Vielleicht jetzt für denjenigen, der es genau wissen will. Gucken wir auch hier einmal rein. So. Äh. Ist wieder hintereinander. Hä? Was ist denn? Gut, dass wir hier mal reingucken. Wie ist das? Achso. Da auf der Rückseite. Und dann doch. Nein. Ich nehme alles zurück. Ich rede die ganze Zeit was von mir. Kein Micro SD. Es hat anscheinend doch Micro SD. Bin ja hin und weg. Also. Micro SD anscheinend doch an Bord. Ja. Gerade noch mal ins Kleingedruckte geguckt. Vor allem auch. Ne. Alles drei gleichzeitig. Wir haben zwei SIM-Karten plus Micro SD. Dicke, fette Gummipunkte. Boah. Ja. Dann motze ich jetzt gar nicht mehr rum. Das finde ich jetzt ja wieder super. Schön. Schön. Vor allem, dass ich keine SIM-Karte verliere, wenn ich Micro SD nutzen möchte. Schön. Kopfhöreranschluss ist auch noch da. Mikrofon, USB-C. Lautsprecher. So. Und von vorne. Wir haben nach wie vor. Wie waren das? 6,43 Zoll. 90 Hertz AMOLED Displays. Wie wir es kennen. Jetzt. So vom ersten Eindruck ist das bestimmt kein schlechtes Gerät. Auch wenn wir die Kamera vom letzten Jahr haben. Auch wenn wir jetzt unter der Haube nicht mehr ein Snapdragon 750G haben. Sondern auch hier rüber gewechselt wurde zu Mediatek. Aber Mediatek Dimensity 900. So. Und da kommen wir jetzt an das Problem, was das Faultier jetzt hat. Natürlich werde ich das testen. Und auch wie letztes Jahr. Das normale CE war halt auch kein schlechtes Gerät. Muss man sagen. Hat halt. Aber das war halt total verloren. Zwischen dem OnePlus Nord 1 und dem OnePlus Nord 2. Preislich dachte ich mir. Hä? Wieso? Und warum bringt OnePlus das Gerät jetzt raus? Was den anderen viel zu ähnlich ist. Oder eigentlich da für Preis-Leistungen da überhaupt nicht mithalten kann. Gleiches Spielchen hier. Kommt im März raus. 350 Euro. Jetzt gucke ich aber rauf und runter. Und kriege das definitiv bessere OnePlus Nord 2. Bei den großen Händlern auch für 350 Euro. Aber das weiß ja auch OnePlus. Ich verstehe es nicht. Warum sie dann nicht ein Gerät rausbringen. Wie sage ich jetzt mal für 200 Euro. Wo ich wirklich einen Preisunterschied habe. Wo ich hier sage. Dann greife ich doch lieber zum Nord 2 für das gleiche Geld. Aber ich meine. Das haben ja alle Hersteller das Problem. Dass man lieber zum Flagship oder zum besseren Gerät. Was sechs Monate älter ist. Als zum neuen abgespeckten Gerät ist. Wo wir oft die Diskussion haben. Flagship aus dem letzten Jahr. Aktuelles Gerät der Mittelklasse für gleiche Kohle. Aber das ist halt hier wieder eine Frage. Also ich bin hier auch wieder 4500 mAh Akku. Dieses 665 Watt schnelle Laden. Ist bestimmt supi dupi. Und der Rest passt halt. Und das geht haut schon hin. Aber ich muss ja noch nicht mal zu anderen Leuten rüber gucken. Realme, Xiaomi. Irgendwas an Preis-Leistungs-Krachern da rausziehen. Sondern ich kann ja bei OnePlus konzernintern selber gucken. Und mir denken. Ich suche die Berechtigung. Warum ist das Nord CE 2? Denn gibt. Aber die Reise machen wir noch zusammen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.